Das war... Juhu, hier sieht so scheiße dabei aus, wenn ihr das sagt. Äh, äh... Bist du hier? Äh... Linda Jackson, wo bist du? Hör auf, Alter! Sorry. Wieso bist du ne Frau? Jetzt nicht mehr. Er hat das Licht geflackert gerade. Warum nicht? Auch wieder gut. Okay, äh... Warte, ich probier noch... Okay... Wir können den Strom jetzt rein machen gehen. Warum ist die Strom? Ja, der Strom ist raus. Linda Jackson! Fuck die Alta ab, Alter! Red mal mit uns! Max? Ja, nicht dir nach, ne? Gehen wir da runter! Hey, du gehst zuerst! Nee, du... Ich folge dir aber! Gib uns ein Zeichen! Okay! Wir bringen... Wir bringen die mit. Janik, bitte halt doch einfach die Fresse! Linda Jackson! Also... Junge, Janik, ich hasste dein Leben so sehr! Linda Jackson, wo bist du? Wo ist denn hier ein Stromkasten? Ah, hier ist er! So, wo ist Max? So, jetzt können wir wieder Licht anmachen. Jetzt ist doch alles wieder gut. Linda Jackson, gib uns ein Zeichen! Dass du hier bist! Linda Jackson! Linda Jackson! Linda Jackson! Linda Jackson! Hast du die angemacht vorher? Linda Jackson! Linda Jackson! Ja, da hast du noch Schwarzlicht mitgenommen. Ja, da hast du noch Schwarzlicht mitgenommen. Ja, da hast du noch Schwarzlicht. Nee, das ist nicht das Licht. Hast du Schwarzlicht? Okay, das Licht ist wieder auf. Die Enttüren auf. Zu. Okay. Ist das Licht wieder aus? Ja, ja. Ja, das Licht ist wieder auf. Ja. Oh, wieder. Janik, ich weiß nicht, wo du rumläufst, aber der Geist ist hier oben. Hat... Wer hat denn das... Wer hat das Schwarzlicht? Jungs. Oh, 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 oh! Versteckt euch! Versteckt euch! Versteckt euch! Versteckt euch! Versteckt euch! Jungs? Hört ihr mich noch? Hört ihr mich noch? Okay, das ist jetzt vielleicht nicht von Vorteil, dass ich im Keller bin. Alter, eigentlich, der Geist krabbeln auf dem Boden. Ist der bei euch? Nee, der hat verriegelt. Ach, geht. Jungs, okay. Also, das ist ein Geist, der krabbelt überm Boden. Der ist durch den Flur gekommen nach unten. Der war bestimmt in seinem ersten Leben behindert. Alter, bei mir blinkt jetzt Mama? Hallo? Leute? Hallo? Leute? Ja? Wo war die? War die bei euch? Wo war die? Nee, nee, du warst jetzt hier oben. Ich bin seit ne halben Stunde im Keller und trau mich nicht raus. Ah, ich geh mal raus. Was? Die Kellertür ist abgeschlossen. Ah, nee, sorry, Alter, man muss ziehen statt drücken. Linda Jackson! Hör auf, Alter. Ich will ja nicht mal mit Janik spielen, ich geh wieder in meinen kleinen Schacht. Warum? Ja. Also, die sind hier oben. Okay, ich hab die Kranken, glaub ich. Oh, die ist da bei euch! Ich glaub, ich hab sie gerade gesehen. Oh mein Gott! Mama! Die jagt mich, die jagt mich! Leute! Hallo? Leute? Okay, okay, kann man's kopfen? Leute? Bitte? Ist ich jetzt tot? Wo ist Yannick? Yannick ist tot, wir müssen rausfinden was für ein Geist das ist und was für andere Aufgaben machen Bruder guck mal Sie ist hier, sie ist hier, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf Boah, ist das langweilig, wenn man's gut ist, ey So, wir hatten Geisterbox, die hat geantwortet auf die Geistertemperaturen Das siehst du halt immer, wenn du so diese Atem, wenn du den Atem siehst Ich bin Mario, ich bin Geisterspezialist Das heißt, es kann jetzt nur noch Gespenst gekrabbelt Die Fotze hat mich eiskalde voll Das heißt, kann einer mal gucken, welche wir dann noch zur Auswahl haben Jungs, seht ihr mich nicht? Ich steh direkt vor euch Also Yannick, 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 wenn du uns hörst, lock Mare ein, bitte Die ist zu argweilig, glaub ich Ja, das ist eine gute Idee, da noch mal reinzugehen, ey Aber für 10$ Yannick, lock Mare ein, Mare Ja, oh mein Gott, hab ich gemacht Der Geist war angespannt Ah, fuck it, ey, egal 10$ und deine ganze Ausrüstung ist weg, hehehe Ah, fuck Wanna suche nicht Not Not Anything Too To